Kein Bürgergeld mehr für Jobverweigerer. Die SPD und speziell Hubertus Heil ziehen die Notbremse. Wir gucken uns an, was die Sache genau bedeutet. Moin zusammen, ich bin Olli, wenn du neu bist, jetzt ein Abo dalassen. Und wir sehen das hier, exklusiv. Knallhart Plan von Arbeitsminister Hubertus Heil. Kein Bürgergeld mehr für Jobverweigerer. Und da geht es ganz speziell um die Kandidaten, die das System schamlos ausnutzen, wo mir auch ganz schnell als Steuerzahler die Hutschnur platzt. Und viele von euch werden mir dazu pflichten und beipflichten und sagen, so kann es ja nicht gehen. Es kann ja nicht sein, dass man sagt, nö, ich bleibe lieber morgens im Bett liegen, arbeite lieber nicht und mache vielleicht noch nebenbei ein bisschen schwarz. Wissen wir ja auch um diese Zahlen, die gar nicht mal so niedrig sind. Im Gegenteil, die sind nämlich ziemlich hoch. Die BILD hat hier ein paar Informationen zugespielt bekommen, was nämlich ganz kurzfristig jetzt zum Jahresende bis zum 2. Januar von den verschiedenen Abteilungen und Ministerien bestätigt werden soll. Hier heißt es nämlich, wenn ein Bürgergeldempfänger keine Lust hat zu arbeiten, bekommt der Staat der 563 Euro. Die bekommt man ja ab dem 1. Januar. Das wurde ja massiv erhöht um ca. Pi mal Daumen 11-12%. Dann bekommt man erst mal 0 Cent vom Staat, wenn man sich wirklich Arbeit verweigert. Und dann heißt es nämlich hier, konkret sieht der Heilplan vor, den der Arbeitsminister am Donnerstag für die regierungsinterne Ressortabstimmung an die anderen Ministerien verschickt hat. Total verweigerend wird die Regelleistung für bis zu 2 Monate komplett, also 100% gestrichen. Lediglich die Wohnkosten, also Kosten für die Wohnung und Nebenkosten usw., die werden weiter bezahlt, damit sie nicht wohnungslos werden, also obdachlos. Und das Ganze soll bis 2. Januar in der Regierierung abgesegnet werden, damit es auch schnellstmöglich im nächsten Jahr umgesetzt werden kann. Und da müssen wir erst mal über diese verschiedenen Punkte hier sprechen. Erst mal für bis zu 2 Monate komplett streichen. Und im 3. Monat? Ist dann alles wieder beim Alten? Ja, sorry, aber dann ist das auch schon zum Scheitern verurteilt. Oder wie seht ihr das? Da wird sich doch der eine oder andere nicht wirklich von abschrecken lassen. Dann macht er halt ein bisschen mehr Schwarzarbeit, kommt über die Runden. Und im 3. Monat ist alles wieder wie vorher? Oder hat man dann einen Monat normal und dann nach dem Monat geht es wieder für 2 Monate kein Geld? Wie soll das ablaufen? Da bin ich mal auf die Details gespannt, wenn sie dann rauskommen. Ich glaube aber nicht, dass das sonderlich krass sein wird. Weiterhin, lediglich die Wohnkosten soll der Staat wieder weiter bezahlen. Da muss man ganz ehrlich fragen, warum denn? Aus welchem Grund denn? Mir bezahlt er auch keine Wohnkosten, wenn ich jetzt sage als Selbstständiger, ich arbeite jetzt auch nicht mehr. Oder? Jetzt mal wirklich ganz extrem hier gesprochen. Das ist doch nicht passend. Das ist doch wieder mal absolut zum Scheitern verurteilt. Auch wenn sich das in den Grundzügen erstmal gut anhört. Und dazu steht natürlich noch der Punkt, wird das überhaupt von den anderen Ministerien so abgesegnet? Wird das so überhaupt kommen? Oder wird das schon vorher irgendwie ein Haken hintergesetzt? Nee, nee, machen wir nicht. Herr Heil sagt hier zur Bild, Zitat, Totalverweigerer und Verweigerer von der einen oder anderen Sache? Die dann halt nicht, heißt das im Endeffekt? Ich bin da sehr, sehr zwiegespalten, wie ihr merkt, Leute. Das ist schon eine ganz, ganz komische Nummer. Unterm Strich sollen damit pro Jahr 250 Millionen Euro gespart werden. Sorry, aber bei 50 Milliarden fast für das Bürgergeld in einem Jahr, ist das nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und es wird wieder mal nicht das Thema angegangen, was eigentlich das Problem ist. Dass Leute das System ausnutzen, die noch nie einen einzigen Cent eingezahlt haben. Die wiederum die Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte eingezahlt haben, haben immer noch weiterhin viel zu wenig Geld. Denen geht es weiterhin schlecht. Die kommen ebenfalls nicht über die Runden. Nein, Leute, das war eine große Chance, die hier bestanden hat. Aber unterm Strich tut das nicht so viel zur Sache. Ich glaube es nicht dran. Und dann weiterhin sagt der Herr, der Herr auch noch, Deutschland ist das Land der Tüchtigen. Jeden Tag sehe ich Menschen, die sich abrackern, um die Gesellschaft zusammenzuhalten. Ja, richtig. Und das werden von Tag zu Tag weniger. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Denn, wenn man sich das hier beispielsweise mal bei News anguckt, hunderte Singles und 146 Zweierhaushalte erhalten über 5000 Euro Bürgergeld. Wir sehen auch diese Entwicklung zwischen Deutschen und Nicht-Deutschen. und wie sich das hier entwickelt hat zwischen Gelb und Orange 2010 bis Mai 2023, dass hier die Veränderung bezüglich der Ausländer deutlich angestiegen ist. Und das sind Themen, die darf man ja nicht öffentlich ansprechen. Wissen wir ja mittlerweile alle. Aber das muss man tun, um hier eine Diskussion zu starten. Und auch interessant, so ein Bericht hier beispielsweise vom Anfang Dezember aus dem MDR, Bürgergeld als Konkurrent bei Personalakquise. Wisst ihr Leute, die Dame hier, die Jobs vermittelt, sagt, unter 3000 Euro fange ich hier nicht an, wäre eine Aussage, die sie von zahlreichen Bürgergeldempfängern gesagt bekommt. Und ich kann das den Bürgergeldempfängern nicht vorwerfen, gar keine Frage. Ich kann das nachvollziehen, weil warum sollst du denn morgens früh um 7 Uhr aufstehen, zur Arbeit fahren, dich in den Staube geben, dir überhaupt die Luft draußen anzutun, lieber nochmal unter die schöne warme Bettdecke kuscheln, bevor du deine Kleider abnutzst, bevor du dir irgendwie Stress einholst auf der Arbeit und sonst was. Lieber Hartz IV und der Tag gehört mir. Ich weiß, das ist populistisch, das ist böse und schlimm für Leute, die da raus wollen, die das nicht möchten. Euch spreche ich nicht an, ich differenziere hier klar zwischen solchen Kandidaten und eben diesen. Da muss man wirklich ganz klar unterscheiden. Und solange es steuerlich beispielsweise, von der Einkommenssteuer her und so weiter, das Arbeiten sich einfach nicht mehr lohnt in diesem Land, werden wir weiterhin diese Probleme haben. Darüber müssen wir doch endlich mal richtig diskutieren, sonst funktioniert das doch einfach nicht mehr. Nein, es ist doch absoluter Schwachsinn. Aber er sagt weiterhin, wenn Krankheit, Arbeitslosigkeit oder ein Schicksalsschlag treffe, der kann sich auf den Sozialstaat verlassen. Ja, offensichtlich können sich aber auch andere Leute auf diesen Sozialstaat verlassen, die eben noch nie einen einzigen Cent hier eingezahlt haben, die dieses System schamlos ausnutzen. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch das grundlegende Problem, was es zu lösen gilt. Und mit diesem Ding hier wird vielleicht ein Schritt in diese Richtung gemacht, aber doch nicht wirklich maßgeblich eine Veränderung angestrebt. Und, surprise, surprise, die AfD ist die Partei, die sowas ja schon anspricht. Ulrike Schielke-Ziesing. Hier, die Dame, sagt das ja, AfD-Abgeordnete, die Ampel streicht bei den Falschen. Und das ist ja auch immer und immer wieder das Thema, dass ja die Leute, die ich jetzt gerade eben angesprochen habe, die ich meine, die nämlich das System nicht ausnutzen, doch die Leidtragenden sind, dann unter solchen Folgen, unter solchen angeblichen Verbesserungen für das System und alles. Darüber müssen wir sprechen. Jetzt bin ich nämlich gespannt, wie ihr das finden werdet. Schreibt es mal gerne in die Kommentare unten rein. Und abonniert den Kanal gerne, wenn ihr neu seid. Ich bin gespannt, ob und was jetzt hier passieren wird. Da wird garantiert ein Aufschrei kommen von den Grünen wieder, von wem sonst. Dass das ja nicht gehen würde, das wäre ja wieder Menschen verachten und sonst was. Was im Endeffekt, nein, das passt hinten und vorne nicht. Wir kennen das. Abonniert den Kanal, wie gesagt, wenn ihr neu seid. Bis zum nächsten und ciao.